Im Gefecht bei Döbeln besiegten am 12. Mai 1762 preußische Truppen unter Prinz Heinrich von Preußen ein österreichisches Gor. Auf preußischer Seite waren als hohe Militär zusätzlich beteiligt, Generalleutnant Friedrich Wilhelm von Seidlitz, Generalleutnant Hans Wilhelm von Carnitz, Generalleutnant Joachim Friedrich von Stutterheim und Oberst Friedrich Wilhelm Gottfried Ahnt von Kleist Ausgangslage, im Zuge von Truppenbewegungen gegen die bei Döbeln und Nossen unter Prinz Heinrich von Preußen stehenden Einheiten, rückten österreichische Kräfte unter Andreas Hadig von Futag bei denkbar schlechter Wetterlage von Südosten bis etwa an die Freiberger Mulde vor. In diesem Zusammenhang besetzte ein starkes österreichisches Chor unter dem jungen Prinz Albert von Sachsen. Er hatte hier sein erstes eigenes Kommando erhalten ab dem 14. November 1761 auch die südlichen Anhöhen bei Döbeln. Die in der Stadt liegenden Preußen zogen sich deshalb auf die nördlichen Hügel vor der Stadt zurück. Direkt über das im Tal liegende Döbeln hinweg beschossen sich die gegnerischen Artilleriestellungen zwischen dem 14. und 15. November mit einer zeitweise heftigen Kanonade. Im Ort selbst wurde dabei kein großer Schaden angerichtet. Als Zivilsopfer war Schumacher Nikolaus Wetzig zu beklagen, in dessen Haus am Stau Pitzberg eine österreichische Kanonenkugel einschlug. Diese riss ihm beide Beine ab und er verstarb am 18. November 1761. Nachdem von preußischer Seite mit einer Zerstörung von Döbeln gedroht worden war, kam es zu Verhandlungen. Geführt wurden diese durch Oberst von Kleist für Preußen und Oberst von Gemmingen für die österreichische Seite. Nach einer Übereinkunft der beiden Kriegsparteien wurde Döbeln schließlich als neutrales Gebiet betrachtet und nach dem 15. November 1761 jeder Verkehr über die Freiberger Mulde unterbunden. Die Truppen bezogen Ende November in den umliegenden Orten Winterquartier und es kam bis zum 12. Mai 1762 nur noch gelegentlich zu kleineren militärischen Zwischenfällen. Mit großem Aufwand wurden ab November 1761 auf beiden Seiten des Flusses umfangreiche Feldbefestigungen errichtet und den Oberbefehl des Kampfabschnittes auf österreichischer Seite übernahm Generalfeldwachtmeister Reichsfreiherr Johann Anton Franz von Zetwitz. Der unmittelbare Vorgesetzte von Zetwitz war Generalfeldzeugmeister Graf McGuire in Freiberg. Die Lage an der Freiberger Mulde drohte im Frühjahr 1762 für Preußen unhaltbar zu werden, denn die Reichsarmee bei Chemnitz strebte die Vereinigung mit der bei Dresden und Depoldeswalde stehenden österreichischen Hauptarmee an. Prinz Heinrich von Preußen hätte diesen überlegenen Kräften wohl das Feld überlassen müssen und weitere gegnerische Operationen in Richtung Wittenberg waren zu erwarten. Um in einem Präventivschlag zwischen diese Kräfte vorzustoßen, musste Prinz Heinrich zunächst einmal die zwischen Döbeln und Nossen befindlichen österreichischen Stellungen an der Freiberger Mulde überwinden. Als günstig erschien ihm dafür der Abschnitt bei Döbeln. Der österreichische Oberbefehlshaber in Sachsen, Feldmarschall Johann Baptist Graf Serbeloni, hatte Truppen an Feldmarschall Leopold Josef Graf Daun nach Schlesien abgeben müssen. Deshalb waren die im Herbst 1761 bezogenen Stellungen personell ausgedünnt worden. Um seine Schlagkraft weiter zu gewährleisten, wollte General von Zetwitz seine Truppen bei Döbeln enger konzentrieren. Wie auch die Forderung nach ausreichender Verstärkung wurde ihm das nicht genehmigt, Da man in der österreichischen Führung davon ausging, dass die starken Stellungen bei Tageslicht nicht angegriffen werden würden und nach einer Alarmierung durch Vorposten die Zeit zur Formierung ausreichend wäre, sollte Zetwitz seine Feldbefestigungen nur in der Nacht voll besetzen und am Morgen in die Quartiere abrücken lassen. Auf genau diese Verhältnisse baute die preußische Angriffsplanung. Gefechtsverlauf Der Plan sah vor, die Freiberger Mulde am 12. Mai 1762 auf einer etwa 8 Kilometer langen Front ab 7 Uhr überraschend zu überschreiten. Zu diesem Zweck gingen die preußischen Truppen bereits am Abend des 11. Mai auf der rechten Muldenseite verdeckt in Stellung. Durch Artillerie unterstützt würden im Raum Döbeln die Generäle Karnitz und Stutterheim mit Linien Infanterie in zwei Kolonnen vorrücken. In einer Zangenbewegung sollten an den Flügeln General von Seidlitz von Technitz und Oberst von Kleist von Malitsch aus den Gegner mit Kavallerie und Infanterie umfassen und zum Rückzug zwingen. Am linken Flügel der Kolonne Kleist hatte diese Aktion jedoch eine Stunde zu früh begonnen, da die österreichischen Vorposten die Preußen gesehen hatten und es zu einem Schusswechsel kam. Nachdem man das im preußischen Stab bemerkt hatte, wurde der verfrühte Angriff schließlich an der ganzen Muldenlinien vorgetragen. Die überraschten Österreicher gaben ihre Verschanzungen auf und gingen zum Rückzug und schließlich zur Flucht über. Eine effektive Verteidigung gegen die äußerst schnell vorrückenden Preußen war nicht mehr möglich. Nur bei Zygra wurde der Kolonne Seidlitz aus den Feldbefestigungen handfester Widerstand entgegengesetzt, der jedoch durch eine großräumige Umgehung bald überwunden wurde. Die preußischen Truppen machten in dieser Situation viele Gefangene, zumal die Kolonne Kleist letztlich den Österreichern ihre Rückzugsmöglichkeiten nach Süden abgeschnitten hatte. Unter den Gefangenen befand sich auch der österreichische Oberbefehlshaber General von Zedwitz, der mit seinen Stabswachen bei Littdorf den Einheiten Kleists in die Hände gefallen war. Gegen 9 Uhr konnte Prinz Heinrich bei Knobelsdorf sammeln lassen. Er zog mit seinen Truppen am 13. Mai 1762 in Richtung Heinichen ab. Auswirkungen Auf österreichischer Seite war man im ersten Moment so bestürzt, dass Serbeloni mit der Hauptmacht nach Böhmen abmarschieren wollte und Kaiserin Maria Theresia sah ihre Truppen in Sachsen sogar besiegt und meinte, sie selbst wäre völlig durcheinander. Obwohl man das Gord Zedwitz durch seine eigenen Entscheidungen geschwächt hatte, wurde durch die österreichische Führung bereits in den Folgetagen die umfassende Niederlage bei Döbeln allein dem Versagen des Generals von Zedwitz zugeschrieben. Mit dem siegreichen Vorstoß bei Döbeln war das preußische Hauptziel erreicht. Die Vereinigung von Reichsarmee und Österreichern konnte verhindert werden. Diese militärische Aktion eröffnete außerdem erfolgreich den preußischen Feldzug des Jahres 1762 in Sachsen und bereitete den Boden für das letzte Treffen des Krieges. Die Schlacht bei Freiberg am 29. Oktober 1762. Siehe auch Schlesische Kriege Liste von Kriegen Liste von Schlachten